Der ägyptische Präsident Morsi hat den Einfluss der islamistischen Muslimbrüder in der Regierung gestärkt. Im Rahmen einer Kabinettsumbildung tauschte Morsi zehn Minister aus. Damit ziehen drei weitere Vertreter der Muslimbrüder ins Kabinett ein. Vor einer besonders schweren Aufgabe steht der neue Finanzminister. Die Wirtschaft steckt tief in der Krise. Die Landeswährung hat deutlich an Wert verloren. Morgen sollen die Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds über Finanzhilfen fortgesetzt werden.